Willkommen in der Sentinel Bay, willkommen zum faulenden Freitag und diese Woche gibt es tatsächlich mal so richtig viel zu besprechen. Zum einen habe ich mir endlich mal ein Mikrofon gekauft. Ich hoffe, das wird die Audioqualität gerade hier bei diesem Sit-Down-Format so ein bisschen verbessern, einfach weil der Raumklang nicht mehr so extrem ist. Könnte mir ja eine Rückmeldung geben, ob das besser ist oder nicht. Ich werde das wahrscheinlich auch für die Reviews benutzen. Das ist auch da, das ein bisschen gleichmäßiger ist, wenn man ein bisschen weiter weg geht vom Aufnahmegerät, also in dem Fall vom Telefon, das ist halt alles nicht so Halt. Dann habt ihr vielleicht gesehen, ich habe gestern Abend mein neues Video-Format Premiere gefeiert. Das ganze Ding heißt Humans and Robots, wird eine Interview-Serie sein und ich dachte, ich erkläre vielleicht noch mal ganz kurz, was ich damit eigentlich bezwecke. Ich habe es zwar im Vorwort schon mal erwähnt von der ersten Episode, aber ich wollte es noch mal ein bisschen ausführen. Der Gedanke dahinter ist einfach, dass ich so ein bisschen das Gefühl habe, jetzt die letzten zwei Jahre, wo ich mich doch ein bisschen intensiver auch in der Fangemeinde bewege, dass Deutschland so ein bisschen in der Luft hängt, irgendwie so ein bisschen losgelöst ist vom Rest der Welt. Ich weiß nicht genau, woran das liegt, ob das daran liegt, dass der Kontakt nicht gesucht wird oder vielleicht auch der ein oder andere glaubt, er macht was völlig Abgefahrenes und es gibt quasi niemanden wie ihn. Aber es gibt eine Menge Leute da draußen, die sich mit, die unsere Sammelleidenschaft teilen. Und deswegen dachte ich, ich nutze mal jetzt hier dieses YouTube-Portal, was ich hier habe und stelle ich einfach mal ein paar Leute vor, die ich kennengelernt habe über die Zeit, mit denen ich gut klarkomme, die, wie ich finde, interessante Sachen einfach auch tun innerhalb der Fangemeinde und einfach so ein bisschen den Blick vielleicht zu weiten, auch mal über die Landesgrenzen hinaus. Ich werde sicherlich auch Leute aus Deutschland dabei haben, sodass wir einfach vielleicht, wie ich in dem Intro ja auch schon gesagt habe, zum einen ein bisschen näher an die Welt ran rücken, aber vielleicht auch die Fangemeinde sich einfach in sich ein bisschen besser kennenlernt. Abseits der Vor-Ort-Formate, sowas wie die Cons oder so, wo man sich halt auch wirklich treffen kann, ist das vielleicht nochmal eine ganz schöne Geschichte. Die erste Episode war ja natürlich jetzt auf Englisch. Es werden wahrscheinlich auch ein paar mehr Episoden auf Englisch sein, sonst geht dieser weltweite Gedanke ja wiederum so ein bisschen verloren. Ich habe angefangen, deutsche Untertitel für das Video zu schreiben. Das ist ein großer Haufen Mist, muss man ehrlicherweise sagen. Es ist unglaublich viel Arbeit. Also ich bin jetzt so, ich glaube, durch das halbe Video ungefähr durch. Ich habe ungefähr drei Stunden dafür gebraucht. Also ich muss da wirklich nochmal eine bessere Methode suchen. Es wird noch vollständige deutsche Untertitel geben. Ich glaube, ihr kommt jetzt so bis Minute sieben. Habe ich es bearbeitet, alles, was dahinter ist, ist im Video noch unbearbeitet. Ich habe aber schon mal ein bisschen vorgeschrieben und so. Also das wird kommen, gibt mir da noch ein paar Tage Zeit. Ich werde auf jeden Fall versuchen, immer dann, wenn ich in Englisch Videos mache, euch deutsche Untertitel anzubieten. Dann gibt es ein paar Nachträge zu meinen letzten Videos. Wir fangen vielleicht mal an mit dem Sammlungsvideo vom Dienstag. Da habe ich nämlich eine entscheidende Geschichte vergessen. Die wollte ich jetzt gerade nochmal zeigen. Und zwar geht es mir um, es wurde auch in den Kommentaren entsprechend erwähnt. Vielen Dank dafür, sonst hätte ich es wahrscheinlich tatsächlich vergessen. Es geht um diese Dinger hier. Und zwar habe ich nämlich in meinem gesamten Regal, oder in fast all meinen Regalen, habe ich diese Acryl, ja, diese Acrylständer sozusagen mit drin. Die habe ich in einem Set gekauft, in verschiedenen Größen. Es gibt also in verschiedenen Höhen vor allem. Es gibt auch Formen. Es gibt einmal hier diese Dreiecke. Die sind so für Ecken halt ganz cool. Da kann man auch in der Regel einen, vielleicht auch mal zwei Figuren draufstellen. Ich habe diese Brücken. Die sind richtig cool, weil man die halt auch so überkreuz stellen kann. Da kann man wirklich so wie so Ebenen einfach bauen. Das ist wirklich toll. Und ich habe auch noch so eine Acryltreppe im Prinzip, wo ich kleinere Figuren draufstellen kann, damit die halt auch sichtbar sind. Wir haben ja am Dienstag bei VOK ganz viel gesprochen über das Thema Display und das Ausnutzen der Höhe vom Regal. Und das ist, glaube ich, tatsächlich nicht so einfach. Die Dinger, wie gesagt, die sind richtig cool. Ich haue einfach mal den Link der Seite, wo ich die damals gekauft habe, haue ich die mal rein. Ansonsten denke ich, gibt es aber mit Sicherheit noch ganz viele andere Anbieter. Aber die Dinger, muss ich sagen, die sind wirklich top. Die waren auch nicht so mega teuer. Und ja, geben dem Display nochmal ein ganz anderes Feeling. Zum Make-Toys-Meteor habe ich eigentlich nur eine Ergänzung. Etwas, was ich so ein bisschen, ja, nicht ganz ausreichend gezeigt habe. Und zwar habe ich gesagt, dass das Ausstellen vom Fuß nicht ganz so weit geht. Das geht schon. Ich hatte euch, glaube ich, gezeigt, so bis hier. Man braucht halt ein bisschen Kraft und dann geht das noch eine ganze Ecke weiter. Und bei dem Winkel habe ich jetzt wirklich überhaupt nichts mehr zu meckern. Also das ist absolut optimal. Habe ich zu dem Zeitpunkt nicht realisiert. Und ich habe eine Sache nicht erwähnt, die mich aber eigentlich ziemlich ärgert. Nämlich die Tatsache, dass bei den Seekern kein Flightstand dabei ist. Ihr könnt also das Flugzeug nicht irgendwo in Fliegerpose hinstellen. Ich finde bei allem, was, also zumindest mal, wenn da alles was fliegen kann, und das schließt ja quasi jedes Flugzeug mit ein, sollte meines Erachtens auch so ein Ständer haben einfach, dass man diese Flugpose auch hinbekommt. Das ist definitiv ein Versäumnis. Und ich habe gesagt, dass es eigentlich gar nicht so schlimm ist, dass der Kopf nicht hoch geht. Ich habe jetzt, wo ich versucht habe, die Figur für mich, für mein Display zu posieren, festgestellt, eigentlich ist es doch blöd. Weil gerade dadurch, dass ich diese schöne Rumpfbeuge hier habe, ja, also ich kann jetzt hier die Figur wirklich schön nach vorne beugen, könnte jetzt hier so die, keine Ahnung, hier die Arme hier so nach vorne halten. Er könnte so gebückt nach oben schießen, aber er kann dann quasi gar nicht dahin gucken, wo er hinschießen will. Also, irgendwie fehlt es dann doch, also, weiß nicht, hätte ich vielleicht doch als größeren Kritikpunkt darstellen sollen, als ich das letztlich gemacht habe. Aber es ändert in Summe daran überhaupt nichts, dass ich von dem Mode sehr, sehr überzeugt bin. Und ich werde jetzt die Gesichter, wahrscheinlich von beiden, die zwar bemalt sind, die mir aber doch ein bisschen zu leblos waren, trotz der vielen Farbe, werde ich wahrscheinlich für den Custom Paint mal einschicken. Das wäre auch eine Premiere für mich. Aber das lohnt sich, glaube ich, in dem Fall. Ich werde den Thunder Cracker nur in einem Kurzüberblick machen. Der ist per se eins zu eins identisch mit dem Starscream. Von daher wird da nicht so viel Neues kommen. Aber angucken wollen wir uns natürlich trotzdem noch. Ich weiß nicht, ob ich es diese Woche schon schaffe. Ich denke aber ja. Neues gibt es soweit eigentlich gar nicht. Ich habe zwei neue Leitgaben allerdings bekommen. Die sind am Donnerstag reingeflattert oder schon am Mittwoch. Da war ich aber noch nicht zu Hause. Und zwar hat mir Abyss Watcher, der mir damals schon den Studio Series Prime geliehen hat, noch mal zwei Figuren zur Verfügung gestellt. Dafür schon mal vielen Dank an der Stelle. Wir haben einmal den Hot Soldiers Legends Class Optimus Prime, den ich schon mal ausgepackt habe. Und ich kann jetzt schon sagen, dass zumindest der Truck-Modus, den DX9, den ich vor ein paar Tagen hier reviewt habe, ganz locker in die Tasche steckt. Aber ganz locker. Sieht richtig cool aus. Auch viel mehr Liebe zum Detail, muss man wirklich, wirklich sagen. Und ich bin mal sehr, sehr gespannt. Ich freue mich drauf, mit dem Ding ein bisschen rumzu-tudeln. Und dann habe ich, wo wir schon bei Make-Toys waren, von ihm bekommen den Galaxy Meteor. Das ist, das muss ich mich echt nochmal schlau machen, das ist so der Teil der Transformers-Fiktion, wo ich nicht ganz so jattelfest bin. Ist das Robots in Disguise oder Armada? Ja, ich weiß es ehrlich gesagt nicht genau. Aber er sieht auf jeden Fall, den habe ich noch nicht ausgepackt und mir angeguckt, auf dem Karton schon mal ziemlich cool aus. Das Ding ist in den Himmel gelobt worden in den meisten Reviews. Und der Look ist erstmal auch echt cool, weil super, super abwechslungsreich. Ich bin mal sehr gespannt, was der so kann. Den werden wir uns definitiv auch noch anschauen. Da werde ich mir vielleicht noch eine Woche länger Zeit für nehmen. Ich würde zwar sehen, dass ich ihn schnell zurückbekomme, aber ich muss auch die Zeit finden, mich vernünftig damit auseinanderzusetzen, damit es auch eine faire Rezension wird. Dann habe ich vorbestellt, gestern sind ja jetzt doch scheinbar tatsächlich endlich mal am Horizont zu sehen, die nächsten zwei X-Transpots Stunticons. Also das ist dann Overheat, adias Dragstrip und Deathwish, glaube ich, adias Deadend. Also vier von fünf Stunticons von X-Transpots wären draußen. Es gibt wohl auch schon erste Videos dazu. Ich habe sie mir noch nicht angeguckt. Ich will versuchen, einigermaßen unvorbelastet dran zu gehen. Die ersten zwei habe ich ja hier auf dem Kanal schon gehabt. Sind per se richtig gute Figuren. Bin ich sehr, sehr zufrieden mit. Und daher freue ich mich drauf, mit den nächsten zwei rumzuzocken. Ansonsten werde ich mich diese Woche mit ausblicken, was jetzt als nächste Videos kommt, mal ein bisschen zurückhalten. Ich habe ja letzte Woche meinen Uploadplan auch so ein bisschen über den Haufen geschmissen, einfach weil ich zeitlich ein paar Sachen verschieben musste. Das Sammlungsvideo sollte eigentlich früher kommen. Aber ist alles nicht so wild. Das kriegen wir alles hin. Ich werde halt mal gucken. Ich denke mal, ich werde zumindest einen von den beiden Live-Figuren auf jeden Fall machen. Ich würde gerne beide machen eigentlich, damit ich die auch so schnell wie möglich wieder zurückgeben kann. Ich möchte die auch hier nicht bunkern. Habe aber jetzt selbst halt auch noch, ich habe noch Fanstoys-Figuren, noch vier Stück zu reviewen. Ich weiß gar nicht, wann ich das alles machen soll. Andererseits heißt das auch, sonst geht das Material nicht aus. Ich denke mal, den Thundercracker werde ich die Woche auf jeden Fall auch machen. Also vielleicht können wir uns ja einigen auf den Hot Soldiers Prime und Thundercracker. Ich sage euch aber noch nicht, wann. Am Ende Ende ist ja doch nur wieder um. Das soll es soweit gewesen sein für diesen Freitag. Wenn es euch gefallen hat, was ihr soweit gesehen habt, dann abonniert diesen Kanal für wöchentlich neue Videos rund um Transformers und andere Sammlfiguren. Und bis dahin sage ich vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ciao.